Hämatorie bedeutet Blutimmorien. Jede Hämatorie muss urologisch abgeklärt werden. Wir unterscheiden eine Mikro von einer Makrohämatorie. Mikrohämatorie heißt Blutnachweis unter dem Mikroskop. Makrohämatorie heißt Nachweis von Blutimmorien mit dem bloßen Auge. Ursachen einer Hämatorie können sein Tumoren im oberen unteren Hahntrakt eine benigne Prostatavergrößerung, Nieren- oder Blasensteine. Die Abklärung erfolgt in der Regel mittels Zystoskopie und Bildgebung mittels CT-Urographie.